Alle warten. Aber das Warten hat jetzt ein Ende. Don. Letting. Denn unsere Neuen sind am Tatort. Wir kommen weit mal. Ihr erster Fall. Mutter wurde entführt. Natürlich nur echt mit Mord. Sie sollen doch bei der Leiche bleiben. Die läuft ja nicht weg. Einfach der ganz normale Wahnsinn. Perfekt für Nora Tschirner und Christian Ulmen. Wird sich sicher alles aufklären. Naja, mal sehen. Zweiter Weihnachtstag im Tatort. Hier in 1 Festival.